Diese Erfindungen kämpfen um die letzten Plätze im großen Finale. Wer überzeugt Jury und Publikum? Der Bieter, meine ich, gehört an jeden Strand dieser Welt. Dieser Trichter gehört in jeden Haushalt. Das ist einfach genial. Hätte schon längst auf dem Markt sein müssen. Und jetzt die entscheidende Frage. Was kostet der Spaß? Deutschlands Erfindershow. Ich hoffe, dass ich wieder einen Hund habe und dann würde ich sofort bei euch bestellen. Das Ding des Jahres. Heute 20.15 Uhr pro 7.